Feindliche Aktivitäten, Besuch und Regen, und Sein Gegner übernimmt. Sehr schön, sehr schön. Ja, hallo und wieder herzlichen Willkommen zu Let's Day Rainbow Six Reach. Ich bin hinter dir, ich bin hinter dir. Ich mach grad die Ansage. Wir spielen heute wieder mit dem lieben Marius und... Hallihallo. Ja. Ich hoffe, ihr abonniert den E-Klass schön, weil es ein sehr cooler Typ ist. Ja, muss mal gesagt sein. Dankeschön. Ich bin ja geehrt. Also ich hoffe, ihm gefallen euch die Videos. Bleiben 5 Sekunden. Und ja... Also ich geh hier ins Kinderschlafzimmer. Halt, halt, halt. Oh. Sag mir, wenn sie am Hauptfenster sind. Okay. Im Hauptfenster. An dem Fenster halt, vorm Raum. Hey, da wollt ich rein, Mute. Egal, da können wir in Together rein. Oh. Hey, ich glaub, ich glaub mir wirklich als erstes Puls, weil mit dem kannst du halt einfach die ganze Zeit die Gegner sehen und kannst sie damit dann... Kannst du mir sagen, wann der am Fenster ist? Wann da einer am Fenster ist? Ja, kann ich. Oh, verpiss dich, Puls. Scheiße. Darf ich dem Headshot geben? Die Gegner haben den Bio-Gefahrgut-Behälter entdeckt. Lol. Ha, der hat sich selber getötet, dieser Lappen. Die sind draußen bei uns. Ja, da. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Keine Ahnung. äh, 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 I shoot this wall WTF, Alter Ich hab den gar nicht mehr gesehen gehabt Irgendwie hab ich den gar nicht mehr Zwei Müsst schon reingehen Geh rein, komm Nein, du musst reingehen Geh rein, Marius Die sind dahinten, jemand ist verletzt Sehr schön Achso, ich wusste nicht, dass da einer verletzt ist Nur halt, wenn du nicht drin wärst Dann Iiihi Mache eigentlich einen schönen runter Ich nehme jetzt Ähm, dam dam dam, ah Ich nehme, ich nehme, ich nehme Ich nehme, ich nehme, blalalalala Den pack Joa, geh mal zum Fluss, Dark Du bist Ash Die anderen Chippen sind ja alle vergeben Toll, jetzt ist das zufällig Ja, ich lass mich dann sterben Von der Drohne, dann passt das Hä? Ja, ich lass die Drohne sterben Und dann kann ich zu dir Ja, dann kann ich es heraussuchen Alter, wir hatten wieder ein Repair Wooding PC Ich nicht Ich auch Klar hast du einen Ich hab keinen Aber es ist ja ein Toll, was ist das jetzt? Man scheint irgendein Dackel Wir werden bestimmt gleich rausgeschmissen Oh Unten sind sie nicht Oben Abstairs Same room Was? Same room Die haben ne Carvaira Ja, ich geh rein Und die haben wieder einen Peils Ist klar Bist aber nicht bei mir Toll, alle sind da gespawnt Außer ich Ist klar Gehen wir jetzt durchs Badezimmer rein Ne, wir gehen unten rein Und laufen hoch Warum? Wo bist du denn? Auch da bist du Ich würd gerne durchs Badezimmer rein Aus dem Sprengbereich räumen Raus aus dem Sprengbereich Wo ist denn der Lebe? Ah, Niklas Ich geh erstmal mit der Drohne rein Ganz chillig Ganz gediegen Hier im Badezimmer ist keiner Drohne ist bereit Alter Es ist einfach Keiner im Raum drin Da hinten ist Carvaira Wo sind die alle? Warte mal Ein Keiner im Hauptraum drin Die Haupttür ist offen Carvaira Da wo du drin warst Ist Carvaira drin Ich mach auf Hey, what the fuck Wo war'n der? Ich lade nach Sehr schön Sehr schön Hey, das war meins Meine Cam Idiot Team Schreibt jemand Wo geh mal hin Ich nehm aber jetzt auf jeden Fall mal die Ich will mal die nehmen Garage, okay Oh, mir ist gerade irgendwie mega fett kalt, Alter Aber ich hab keinen Bock im Sommer mal eine Heizung anzumachen Warum? Keine Heute ist aber kalt Ja, mein Dad hat die ganze Ding aufgemacht Ähm Eins bitte nochmal auflassen Ich will noch ne Cam raus Hier macht bitte keiner zu Okay Ich will noch ne Cam raus Ja Oh, mein Dad Wo war'n der Gegner hat Bio-Gefahrgutbehälter lokalisiert Ich platziere eine AVS Ich habe einen Ace Von der Drohne her Der Drone Kill Ace Wo gehst du hin? Ich geh hoch Alter, die sind alle da draußen einfach Wo dann? Die sind alle draußen Vor der Garagentür Nur im Mute hat da was hingesetzt Ich sehe vier Spieler da Und einer kommt, grabe ich Sei mal kurz leise Ja, sei mal kurz leise Da sind vier Spieler Oh, eine Kamera da draußen gekriegt Nicht scannen Don't scan Okay Okay, ich glaube wir sagen mal Dass wir einfach mal leise spielen Also dass wir Dass wir nichts sagen Okay Okay Ich will warten Ich kann da nicht raus Jetzt Einer ist down Kitchen 2 They are going down They are going down They are going down Ach man Jetzt ist die Cam weg Ach man, jetzt ist die Cam weg Mann Niklas Ich geh jetzt raus Ich hab keine Lust mehr Unternehmung zu spielen Wenn du in dieser Zone bleibst Wirst du von Feind entdeckt Scheiße Perfekt Ich hab dich schadet gesehen Ich hab dich schadet gesehen Ah, jetzt komm Please, don't scan him Sichern den Biogefahrgutbehälter Sofort eingreifen Big mistake Also wir gewinnen trotzdem Wollte ich nur sagen Wir gehen zu Fluss-Docs Bei uns fehlt wieder ein Spieler Ich tu nur mal Komm schon Einer kommt noch bei Jaja Wie lange ihr alle immer braucht Guck schon Ne, ich hab extra nicht gemacht vielleicht hätte ja noch ein Spieler Dazukommen können Den Biogefahrgutbehälter lokalisiert Du hast da eigentlich rausgegangen. Wo denn? Keine Ahnung. Keiner, Kapitano next round, wenn's ne next round gibt. Lass ihn dann auch mal den Kapitano spielen. Diesen unten. Wer denn? Hat jemand geschrieben, dass er Kapitano haben will. Wer will Kapitano spielen? Ich. Okay, ich gebe dir den next round. Oh, thanks. Thank you, Kai, so. Ach, du Scheiße. Wir kommen auf jeden Fall nicht durch die Garage rein. Oh, Gott. Wir kommen nicht durch die Garage rein. Das steht fest. 5 Sekunden bis Einsatz. Doch, wir kommen rein. Die haben noch nicht zugemacht. Schnell. Ich will aufmachen. Warte, warte, warte. Schnell, schnell, schnell. Die haben noch nicht zugemacht. Die haben noch nicht zugemacht. Laden-Magazin. Warum machen die da überhaupt nicht zu? Die stellen zwar Dinger hin, machen aber nicht zu. Warte mal, Drohne. Ich will mal mit der Drohne reinfahren. Okay, die sind da einmal. Ich habe deine was... Ich habe deine was mit meinem Arrow gegeben. Da hinten war, glaube ich... Ja, den habe ich. Ich scanne die mal im Raum. Nein, tu... Mach nichts. Tu lieber nichts. Okay, ich weiß, wo sie sind. Ja. Jawohl. Da hinten ist noch Puls. Da hinten war Puls. Ja, das habe ich gemerkt. Ist jemand... Warte mal, ich gucke nochmal mit der Drohne hier durch. Ähm... Ist da einer? Nobody in the garage. Neighbor room two guys. Warte. Den Raum sichern und den Bio-Behälter schützen. Aber ich habe dem einfach mal einen Instant Headshot gegeben. Ich glaube, wir schaffen das. Ja, wir schaffen das auf jeden Fall. Hoffentlich. Who want to take the Carrera? No one I think. Okay, dann kannst du... You can help her. Am, 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 am. Weh nehm ich denn jetzt? Ich nehm... Ich mach nochmal ab... Soll ich nochmal... Soll ich nochmal ein Bitch-Move machen? Warum? Mit Puls. Nein. Okay, dann nehm ich nochmal. Das ist einfach nur... Ich weiß. Wenn jemand Puls nimmt, das ist... Noob. Von der Carrera, die Baffe, also die Schrotflinte ist auf Long Range scheiße. Don't close a hole. I want to put out a can. He want to do what? He want to put a... He want to throw out a camera. I want to throw out a can. Can somebody do a wall here? Yep. Jep. Uwe. Ich kann auch noch eine machen. Hier. 5 Sekunden. Die Gegner haben den Bio-Gefahrgut-Gehälter lokatiziert. Es ist eng. Ich fahr' noch nicht. Okay. Gut, hier ist zu. Ich geh aber jetzt mal nicht hoch. Ausnahmsweise... ich auch nicht ich bleibe ich hab noch eine Wand, ich mach hier noch eine hin Aber das sind nicht Ja, try to bridge Ok, there got to bridge Ich geh aber noch mal hoch, nicht geh noch mal hoch Hier sind nur drei, ich hab Angst, wenn ich da hochgehe Was? Nachladen! Über mir brennt's halt, aber eben, sie treffen mich nicht Ich geh da jetzt nicht rum Komm her, hierher Blackbeard Komm her, hierher Komm her, hierher Da sind auch genau zwei da, ne drei, ne vier Ja, vier sinds Da ist ein Blackbeard at the blasted door Und da ist ein Termite, die zu brechen bei der anderen Ich kenne die Kamera gerade, aber ich sie nicht sehen Ok, Termite brechen jetzt Ok, er kann Da ist ein Ding, ein C4 von mir Ich schieß es mal ab, das C4 Niklas Warum? Weil ich kann es nicht mehr aufsammeln Ja, ich kann es nicht mehr aufsammeln Ja, ich kann es nicht mehr aufsammeln Weil es die andere Team sind Und sie töten mich, wenn ich es nicht mehr aufsammeln Wtf Ist da noch jemand? Just wait for them They have to call Vor, vor Ich war Ich war da im andern Raum, gell Ich nicht Ich nicht Den Alfa-Smancer Der 1-8 Black Kacke Komm schnell Marius Schnell, renn durch Von wer? Von wo sind die? Hier, hier links, hier Komm, komm, komm Ich bring die Tür auf Ich bin tot Ja, ich bin tot What the fuck, Doc? Thank you, Doc You are the best Das Blackbeard, gell Ich bin tot Da war bug aber Okay Das hab ich gemerkt Ich bin tot Ich bin tot Ja, ich bin tot Ja Ja Sie haben ihre Versuche den Behälter zu sichern eingestellt Warte, warte, warte da, geh weg Noch 15 Sekunden Geh in die andere Richtung vom K-Auto Die wissen, dass wir ja starten Scheiße Das bin ich nicht, gell Alter Scheiße Ich bin tot Okay, aber der hätte es nicht mehr schaffen können Ja, ich weiß Die sind zusammengekommen Wir waren zu zweit Außer der hätte ich beide, ähm, verbluten lassen Wir gewinnen diese Runde Teil Kapital Okay Thank you Wer nehm ich? Er ist oder Sledge? Alle drei Special Operator sind jetzt... Ja klar, Alter, das ist das Dream Team, Junge, das ist das Bermuda-Dreieck Aber die anderen sind auch nicht schlecht Die sind nicht schlecht, wir führen 3-2 Ich meine jetzt aber, ich meine jetzt die anderen, also die... Operator Die anderen vom anderen Team Die sind unten Ja, bei den... Die sind unten Bei den geht es halt hin und wieder welche, die gut sind, aber im... Ganz... Großen und Ganzen ist das Team schlecht Sind die unten in die Garage? Ja, die sind unten Nein, sind sie nicht Ja doch, klar Dann sind sie im... Sind sie ganz oben Ne, Mittel, oder? Ich glaub, die sind ganz oben Wer macht der Badroom? Badroom? Ja, Badroom Nicht da hoch, man, nicht da hochrand Da ist ne, da ist ein... Ein Gemmer Da ist ein Gemmer Da ist ein Gemmer Ich hab's doch gesagt Standort des Bio-Gefahrgut-Behälters unbekannt Findet den Bio-Gefahrgut-Behälter Okay, Master-Bedroom, also Einmal bitte kämen Ich will wieder... Ich will wieder da reingehen, okay? Ne, ich geh hier unten rein Ich geh da rein Einmal mit der Drohne bitte Wo ist denn der Niklas? Ach, da hinten Jetzt sind alle da drin In dem Badroom? Ja Ich bin leer! Sehr schön Wo sind die denn? Sind genau da? Irgendjemand hat jetzt meine Zone gerade zerstört Oh, Blackbeard, du hittest ihn! Ach, dass die jetzt da kommen Ich geh da nicht rein Shit Ich brauch mal Hilfe Ich bin außerdem runtergefallen Dankeschön Was denn jetzt los? Von Battle-Eye, alles entfernt Ja, helf mir doch mal! Nicht... helf mir bitte! Dankeschön Dann rutscht doch nicht immer weg Danke Warum ist hier eigentlich offen? Mit Sicherung des Behälters Fortfahren Sobald die Bedrohung neutralisiert ist Das staubere nicht Du bist noch zu klein dafür Havailra ist tot LOL Scheiße. Der ist da hinterm Schrank, hinter dem großen Schrank. Genau da. Dahinter. Da, jetzt schießt! Ja! 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 Go to work. GG. Oh, das ist ein guter Rund. Das war ein guter Team. Stay and let's play another one. Yes. Was hat er gesagt? Ich hab nichts gehört. Bleiben wir hier, wir spielen noch mal. Ich glaube, wir spielen noch mal. Do we wanna keep here and play another round? Ja, let's stay and play another one. Okay, gut. Aber trotzdem ist es hier mit diesem Let's Play beendet. Das war ein guter Team. Also, wenn ihr zufällig die kennt, weiß ich nicht, ob die auch auf YouTube sind. Habe ich keine Ahnung. Wenn ihr sie kennt, würde ich gerne mal erfahren, wie der YouTube-Channel heißt. Trotzdem bleibt cool. Bis dann. Ciao.